Oh nein Oh ne, das ist aber gar nicht gut. Oh, sterb. Oh nein. Och, nö, nö, nö. Ja, schnell, 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 schnell. Los. Muss da wieder runter. Was stört auch? Wenn du auf den Atomrakken schießen musst. Ach, Gott, deswegen. So. Reparatur-Turm wollte ich hier unten hinstellen. Ich weiß ja auch genau, warum. Gucken. Hm. Stellen am besten da rein. So. Also, Mauer. So. Da hin hin. Hier unten wieder eine Tür. Da ein, da ein. Zwei davon. Zwei davon. Zwei davon. Ein paar Flammenwerfer-Türmer. So. Da steht ein Flammenwerfer-Turm. So. Aber keine Luftabwehr. So. 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 Strom. So. Da haben wir schon wieder keine Luftabwehr. kein strom kann ja nicht wahr sein wenn man diese stromprobleme so das haben wir abgegratet oh gott alles auf können wir brauchen mehr strom ganz eindeutige sache viel zu wenig strom ein strom weiß ich auch glaubte eigentlich den ganzen tag mache ich bin nur am strom bauen film auf strom kann ja wirklich sein um finden da strom das andere oder ganz unten so hält einfach knotenpunkt scheint so hat aber gewählt so da oben aber auch schon kein strom ich gehe kaputt ein strom von hier im strom im 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 irgendwie habe ich hier nicht so viel platz so energie speicher wir brauchen so viel strom grundlegende rohstoff produktion level 2 gucken wir haben hier ja wir können auch geothermal auf werk so ist nur mal schauen das energie speicher gas kraftwerk carbonium braucht kein mensch mehr labor bios kenner mine für seltenen rohstoffe ja die brauchen wir jetzt wenn wir die mal ein bisschen was auch immer dahin kernkraftwerk cool hauptquartier stufe 4 und uran ja das haben wir noch nicht freigespielt wir sind ja noch mit strom beschäftigt so haben wir für stufe 2 plasma kann ohne energiezelle mecher selben gewehr verbesserte spät ja schiengewehr notfall exklusion woher gibt das denn sinn machen das hier erstmal ja plasma kann ohne und das schwert arbeitet er ja alles nach und nach ab 8 turm stufe 3 stufe 2 wir müssen jetzt erstmal auf das hier warten so zwar wie viel haben wir hier naja 2000 mehr strom tagsüber das heißt ja gar nichts auch nein ja so wir können jetzt das kobold noch von hand abarbeiten währenddessen auch gott da waren schon wieder viecher könnten wir ja eigentlich mal machen stellen wir uns hier noch ein paar türmchen hin kleines mäuerchen so kann ich immer da durchlaufen so so reicht ja jetzt einer erstmal so dann arbeiten wir uns hier erstmal ein bisschen kobold ach so das haben wir schon richtig den orbit scanner ja so da hätte ich ja auch mal zuhören können so da ist es hauptquell ja kein strom sachlos hier dürfen wir nichts hinbauen da brauchen wir sehr viel platz nachher da fehlen schon wieder bodenplatten dann wächst hier immer Unkraut so das kann weg also sind die stufe 2 ja keine ahnung nein so so hier sind auch noch welche trotzdem müssen wir den scanner jetzt irgendwo hinstellen könnten wir den denn könnten wir den denn hier hätten wir ein bisschen platz so kein kampf ach scheiße das habe ich gerade ausgegeben Baubegrenzung 1 ja sag bloß ich stelle was denn hin oh da muss man so hin oder so so tausend haben wir haben wir gleich zusammen dann müssen wir das erstmal errichten meteorit so 1,5 haben wir ja da sind auch noch ein paar Riss Sourcen Gebäude die wir abreißen können wenn das jetzt hier irgendwann mal fertig wird so da das kann weg das kann weg das kann weg äh so so oh nee mmh doch so so welcher waren das jetzt weg kann so rechts unten ist noch einer können wir schneller erforschen genau da eins hin und hier nicht weil hier wollten war grün zeug anbauen gehen wir da oben hin und zwar einfach hierhin wenn wir das auch gleich abgaben wir schon hier sind und zwar ja da kann weg so die sind stufe 2 das kann auch so dann ist da oben noch einer die sollte vielleicht ein stück mauer hin könnte man mal drüber nachdenken also hier ist auch schon abgegradet der da kann weg so ja vom nearby nest dann soll er mal hingehen war nie aber ein nest oh gott da ist er weit weg da sind noch aus dem gebäude die weg können ja das war eine super idee diese komischen tierchen die gehen einem ganz schön auf den keks ganz klare sache für bodenplatten was zum so bodenplatten ganz viele bodenplatten so 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 bodenplatten so viele bodenplatten so also dann die mich gleich wieder angreifen dieser hornochsen stellen wir jetzt hier einfach mal vereinzelt so seltene rohstoffe können wir jetzt machen das heißt wir müssen nicht immer zu diesem kobold fällt war echt jetzt ach da oben naja so kobold da naja können halt nur zwei stehen so die kommen von oben und zwar hier und da hier habe ich aber nichts hingebaut 30 kerne stroh also kein kobold mach doch mal kobold ab du doofe maschine ja kein strom weiß ich auch herr gott von boden der store kohlt auch ab das ist ja nicht wahr der braucht das blöde ding so reparieren so warum baut der das da unten nicht ab ach das ist nicht fertig das kann ja dauern na so also da haben wir richtig hingebaut kommt jetzt hier noch so da warum denn da bin ich doch überhaupt nicht ja super oh gott oh gott da habe ich ja ja da habe ich auch keine abwehrtürme ja sachtlos so hierbei wieder neue mauern bauen ist ja nicht wahr so so auch noch ein stück mauer ein so so hosal creatures are coming from nearby nest oh oh mensch 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 so upgraden die mauern neue hinziehen aber bis da die hier abgräten an mann mann so so ja ich gehe gleich zum nächsten mensch mensch nerviger computer so da so 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 obwohl denn jetzt schon wieder ja ist klar naja so ich fühle mich auf das scheiß an ja jetzt ist nicht kaputt gemacht meine fresse in der turk hat das drüber noch schlimmer als diese scheiß viecher so jedenfalls wollte ich jetzt hier hirmen stellen mensch mensch land 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 und versteht aber kein strom wir haben keinen strom im ganzen tag kein strom einer scheiße ganze basis steht voll mit strom generatoren wirklich drüben da auch noch reparatur türmchen warum auch steht nach einem da ist einer da kommt allein in die die quelle ja wir haben schon wieder kein strom an mann mann ja ist doch bloß ich gehe jetzt das nest ab fackeln das ist ja er kriegt auch die haben wir jetzt indem ich flammenwerfer herstellen fabriken wie eine energie speicher das ist auch schon mal gut kraftwerk level 1 labor wissen jetzt der oder flammenwerfer so 4 müsste ja auch so gehen das war mal testen was ist das denn jetzt hier hab das brauche ich nicht ja also wir konnten doch noch ja ja so arsenal ich habe ich wollen dass wir können neues bauen ja wenn man das hin irgendwie ist hier ein guter platz zum abwackeln guck mal wie das brennt brennen 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 bren Ja wir wollten das Arsenal irgendwo hinstellen. Und zwar stellen wir das dann da hin. Warum eigentlich nicht. So. Wir wollten noch aber... Ja. Was wollten wir? Was haben wir vergessen? Arsenal. Neue Waffen gegenstellen. Ah. Wir konnten die Energiespeicher. Jetzt machen wir das hier erstmal. Energiespeicher können wir auf 2 machen. So. Gucken was hier für ein Schrott drin ist. Oh. Cool. Er gibt mir das da oben auch. So. Scheiße. Ich hab's mir... Ah. Energiespeicher. So. Wo haben wir denn welche stehen? Wo haben wir denn welche stehen? Äh. Da. Ja geil. Haben wir hier nirgends stehen. Hm. Oh. Jetzt darf ich die suchen. Schon wieder keinen Strom. Oh. Leck mich am Arsch. Hm. So. Ach guck mal. Die haben wir noch gar nicht gemacht. So. So. Postal creatures are coming from a nearby nest. You should go there and clear it out. Ah. Upgraden. Alles upgraden. Hm. Ho ho. Ho ho. Ho ho ho. Da. So. So. Erstmal alles upgraden. so energie speicher solaranlagen windkraftanlagen so meteorit es ist kein carbonium und immer noch minus energie ja irgendwie fehlt uns bisschen ressourcen kriegen wir zwar immer das auch das mit dem strom ist aber echt nicht gut aber ich darf hier oben nicht nichts hinbauen da brauche ich sehr viel platz dann müssen wir mal irgendwie hier können planeten scanner aber das ja nein nein und weil ich schon okay dann bauen wir nämlich hier noch ein paar hin naja wenn wir genug carbonium haben das eine brauchst du ohne hände das andere brauchst du gar nicht weiß ich ja wir gehen ja gleich zum nest nervt mich nicht wir gehen forschungslabor jahr 2000 haben wir nicht so warten aber wo stehen wir schon wieder hin wir können ja auch hier ist nicht abgegratet ja wir könnten wir könnten gute sache hier einfach hier hinstellen aber hier sind nirgends verteidigungsdruck oh doch doch oh stellen wir sie hin du musst aber unbedingt noch eine zweite mauer hin stellen wir das hin zweite mauer und dann dann gehen wir jetzt endlich zu dem nest das braucht wasser scheiße wo ist denn der nächste schlamm da oben da muss ich den schlamm reinigen ja dann da ist er aufwächer das war einfach